Innovative Unternehmen sind bereit sich zu verändern und passen sich laufend neuen Marktbedingungen an. Hier einige bekannte Beispiele. Das erste Produkt von Nokia war Toilettenpapier. Samsung begann als Lebensmittelladen. Lamborghini stellte ursprünglich Traktoren her. Ikea startete mit Kugelschreibern. LG begann als Hersteller von Gesichtscreme. Die erste Version eines Unternehmens ist oft nicht die beste. Mut zur Veränderung und Anpassungsfähigkeit sind der Schlüssel für langfristigen Erfolg.